Hallo, mein Name ist Jens und ich begrüße euch in der Powerline Lichtwelt auf YouTube. Habt ihr euch schon mal gefragt, welche Leuchtmittel sich zum Dimmen eignen, welche Trafos und welche Dimmer ihr dazu benötigt? Heute erkläre ich euch, für welche Situationen sich das Dimmen besonders eignet und wie ihr die richtige Kombination für Leuchtmittel, Trafo und Dimmer findet. Dimmen ist eine Form der Lichtsteuerung, bei der die Helligkeit bzw. der Lichtstrom einer Lampe gesteuert werden kann. So lassen sich unterschiedliche Lichtstimmungen je nach Bedarf erzeugen. Doch für welche Beleuchtung ist ein Dimmer sinnvoll? Für das menschliche Auge ist es natürlich viel angenehmer, wenn es nicht dauernd zwischen hell und dunkel unterscheiden muss. Gerade die Hauptbeleuchtung eines Raumes sollte regelbar sein, denn gerade beim Lesen auf dem Sofa kann eine weniger lichtstarke Leselampe wie diese hier den starken Hell-Dunkel-Kontrast bei ausgeschaltetem Hauptlicht nicht ausgleichen. So ist es doch schon viel besser. Ein Dimmer ist besonders sinnvoll, wenn Wohnbereiche für mehrere Zwecke benutzt werden. Für einen gemeinsamen Spieleabend mit der Familie wird ein ganz anderes Licht benötigt, als wenn man gemeinsam mit ein paar Freunden nach einem Dinner ein Glas Brot eintrinken möchte. Es macht also Sinn, in Räumen mit wohnlichem Charakter Dimmer einzusetzen. In Technikräumen, Hauswirtschaftsräumen oder so wie hier bei Arbeitslicht werden Dimmer eigentlich nicht benötigt. Bei der Lichtplanung solltet ihr ganz genau überlegen, wie viel Licht zu welchem Zweck in welchem Raum benötigt wird. Und ganz nebenbei spart ihr durch Herunterdimmen noch Energie. Wer sich für den Einsatz eines Dimmers entschieden hat, muss darauf achten, welche Lichttechnik unter der Decke installiert ist. Grundsätzlich dimmbar sind Glühlampen und Halogenlampen. Bei Energiesparlampen ist allerdings ganz anders. Bei denen ist meist kein Dimmen möglich. Viele LED-Lampen hingegen können gedimmt werden. Man sollte nur darauf achten, dass sie dafür ausgelegt und gekennzeichnet sind. Erkennen könnt ihr das an dem Dimm-Symbol auf der Produktverpackung. Seht ihr dieses Symbol? Ist grundsätzlich dimmen möglich. Wichtig ist, dass ihr dann noch den richtigen Trafo und Dimmer auswählt. Wie ihr das macht, zeige ich euch jetzt. Die drei Buchstaben R, L und C kennzeichnen Dimmer und elektronische Transformatoren. Für eine fehlerfreie Installation müssen die entsprechenden Buchstaben auf Dimmer, Leuchtmittel und Trafo übereinstimmen. Dabei hilft euch diese Tabelle, die ihr auch auf der PORMA-Webseite findet. Habt ihr zum Beispiel LED-Leuchtmittel für den 230-Volt-Betrieb, dann sind diese mit handelsüblichen Phasen-Anschnittsdimmern ohne Beachtung der Mindestlast des Dimmers dimmbar. Beim 12-Volt-LED-Leuchtmittel mit einem elektronischen Trafo wird hingegen ein Phasen-Abschnittsdimmer benötigt. Bei LEDs kann man bei der Wahl des Trafos und des Dimmers auf Nummer sicher gehen, wenn man auf LED ausgelegte Produkte zurückgreift. Dies ist ein Phasen-Anschnittsdimmer mit einem geringen Mindestlastbereich. 12-Volt-Einbauleuchtensets von PORMA beinhalten immer den passenden Trafo. Ihr müsst euch also nur noch um den richtigen Dimmer kümmern. Wollt ihr eine 12-Volt-Halogenlampe dimmen, benötigt ihr einen elektronischen Trafo und müsst zu einem Phasen-Abschnittsdimmer greifen. Bei einer 230-Volt-Halogenlampe könnt ihr jeglichen Dimmer einsetzen. Übrigens, beim Einsatz von Halogenlampen verlängert sich die Lebensdauer deutlich, wenn ihr sie herunterdimmt. Jetzt kann ja bei der Wahl für die passenden Elemente für eine dimmbare Lichtsituation nichts mehr schief gehen. Sollten eure Leuchten sich dennoch nicht dimmen lassen, liegt es meistens an einem falschen Leuchtmittel, was sich nicht dimmen lässt oder einem Trafo, der nicht dazu passt. Schaut dann nochmal nach, dass ihr die Kombination kontrolliert und dann die richtige Auswahl trefft. Übrigens, sollte eure Leuchte oder Trafo nach dem Einbau stark brummen, liegt das oft an der falschen Dimmer-Trafo-Kombination. Eine andere Ursache kann die Magnetfeldänderung in konventionellen Trafos sein, die zu Vibrationen führt. Diese Vibrationen könnt ihr durch das Lockern von Schrauben der Abdeckung verringern oder ihr legt einfach zwischen Decke und Trafo eine Gummimatte. Heute habe ich euch gezeigt, wie ihr Dimmer sinnvoll einsetzt und wie ihr Leuchtmittel, Dimmer und Trafo richtig miteinander kombiniert. Solltet ihr euch auch für die Montage von Einbauleuchten interessieren, empfehle ich euch unser Video. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, abonniert unseren Kanal. Für Tipps und Fragen schreibt mir einfach einen Kommentar unter dieses Video. Bis zum nächsten Mal, euer Jens. Bis zum nächsten Mal, euer Jens.